Grüß dich, der Preibusch hier. Ich melde mich aus dem Institut für Gute Laune. Heute mit einem Gewinnspiel. Also du kannst einen von diesen drei Beziehungsstiften gewinnen. Zusammengebaut sieht das jetzt so aus. Damit kann man gemeinsam zeichnen. Und zwar kannst du das, wenn du an unserem Kunstwerk Gewinnspiel teilnimmst. Und das geht folgendermaßen. Also es wäre wichtig, dass du in Dresden und Umgebung wohnst. Und dafür musst du dann in den Offline-Shop gehen. Das ist ein Ladengeschäft auf der Hauptstraße 42. Ich mache die Adresse dann unten nochmal rein in die Beschreibung. Und da gehst du rein und dann nach links. Und da siehst du, da kann man zeichnen mit dem Beziehungsstift. Und da ist es so, um mitzumachen bei dem Wettbewerb und hier vielleicht so einen Beziehungsstift zu gewinnen, brauchst du noch jemanden anders. Also alleine kannst du nicht teilnehmen. Deine Mutter, dein Kind, deine Nachbarin. Klingelst du einfach mal bei der Nachbarin. Dein Partner. Egal, Hauptsache du bist zu zweit. Und ihr geht dann hin und zeichnet mit dem Beziehungsstift ein Tier. Und wenn ihr das gezeichnet habt, dann schreibt ihr auf die Rückseite eure E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Und das macht ihr am besten, wenn ihr den Beziehungsstift hier vorne anfasst. Sonst kann ich das nämlich nicht lesen. Also möglicherweise nicht lesen. Und dann lasst ihr das entweder liegen oder wenn ihr sagt, nee, also das Kunstwerk hat so viel mit uns gemacht, das wollen wir unbedingt mit nach Hause nehmen und einrahmen. Dann schickt ihr uns einfach das Bild oder das Foto von eurem Bild an werke-at-beziehungsstift.de Am 19. Dezember wird sich eine Jury die Werke angucken und die Ausdrucksstärksten werden dann prämiert mit jeweils einem Beziehungsstift. Den könnt ihr dann noch zu Weihnachten verschenken. Und ja, es geht nicht darum, das schönste Werk abzugeben, sondern das Ausdrucksstärke. Zum Beispiel hier, dieser kleine Vogel hier hat mich unglaublich beeindruckt. Also der hätte gute Chancen, aber auch hier dieses Lama mit Schlips vielleicht. Ich bin total gespannt auf eure Werke. Geht mal in den Offline-Shop. Ihr habt ja noch Zeit bis zum 19. Und zeichnet da mal. Ihr werdet sehen, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, mal was wieder zusammen machen und da mitmachen, auch wenn ihr vielleicht nicht gewinnt. Ich weiß ja nicht, wie viel mitmachen. Vielleicht machen ja bloß drei mit. Und dann habt ihr schon so einen Beziehungsstift sicher und könnt dann zu Weihnachten denen verschenken und unterm Weihnachtsbaum kreativ sein miteinander. Ja, vielleicht ist das was für dich und deine Angehörigen. Schau mal vorbei im Offline-Shop. Da wird schon viel gezeichnet. Und vielleicht bist du ja mit dabei. Der Praxis sagt erstmal Tschüss. Vielleicht sehen wir uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.